Hallo, ich bin euer Diet, ich bin der Klaas. Joko und Klaas. Heute sind wir mit einem SLK unterwegs. 270 PS und das Ding läuft. Svenja, halt mal raus. Da ist er, da ist er. Schneller, tiefer, breiter. Nee, nicht mit dem. Hier liegen sie genau richtig. Sagt die Nut auch immer. Ja, so Sound hat er ja. Ja, hat er. Aber vier, diese drei Türen. Vier, drei. Bremse, bremse, bremse. Drück mal Bremse und Gas. Aber volle keine Bremse. Mach mal jetzt. Mach. Das geht ja, Alter. Ja, aber du musst ESP ausmachen, du Vogel, Alter, wenn du es machst. Los, jetzt. Mach mal einmal. Scheißegal, jetzt mach. Meinst du? Ja, natürlich mach. Ich nehme das auch auf, Alter. Los. Und so. Und so. Das stinkt schon, ne? Nach Gummi. Wie kommt das? Yeah. Hey. Hey. Burn. Burn. Also bei Heckantrieb geht das denn los? Ja, natürlich mal. Bei BMW alles, was Heckantrieb braucht. Musstest du das nicht? Nein. Alter. Das hab ich früher nur so gemacht. Also denkst du, warum mein Bruders Reifen so blank sind? Achso.